So und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video und zwar zocken wir heute mit dem Pascal auf dem gomma.d.net Und zwar haben wir heute eine ganz einfache Challenge dabei, das heißt ganz einfach, also wir müssen halt versuchen mit den Super Secret Settings zu zocken, das heißt wir müssen versuchen mit umgekehrt dem Monitor zu zocken, das heißt also ja unser komplettes Spiel wird sich quasi umdrehen. Und wir müssen damit versuchen die Skywars-Runde zu gewinnen. Okay, da sind wir auch schon in-game und ich muss sagen, das sieht ja alles ganz in Ordnung aus. Auf jeden Fall. Oh scheiße. Das ist richtig bad irgendwie, man ohne Scherz, ich glaube ich kann mich gar nicht rüber bauen damit. Ähm, ne, igeln kann ich auf jeden Fall nicht bauen, ich geh mal hier die Leiter runter. Oh Leute, es ist schon übel bad irgendwie, ich verstehe es grad nicht. Ach, da ist ne Tor. So, da haben wir sie. Boah, es ist richtig komisch. Und was ihr auch unbedingt machen müsst, ist uns Kommentare zu schreiben, was wir für eine nächste Challenge machen sollen. Ja, ist echt so. Weil wir sind halt so kreativ, dass wir jetzt so ne Scheiße nehmen und ich muss sagen, äh... Wir haben eh verkackt. Das ist der größte Rocks, also ich mein, wenn jetzt hier so ein Gegner kommt, dann denkt der auch, was sind das denn für Luschen. Ja, ist echt so, als ich... Ohne jetzt. Ich werd's sogar nicht weglaufen können, glaub ich, ey. Äh, ja doch, weglaufen kann ich, aber kann ich bauen? Warte mal, ich hab keine Ahnung, Alter. Hä? Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Warte mal. Bin ich irgendwie richtig? Baust du gerade? Ja, ich baue gerade. Du hast es dann. Alter. Jetzt hab ich voll verkackt. Moment. Hä? Warte mal. Alter, ich komm mir grad gar nicht klar, Mann. Und so. Da ist schon der erste Gegner dahinten. Warte mal, wie ich bauen kann. Ich hab's da. Ja. Ja. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Der ist da. Ich kann nicht abschätzen. Wo? Ach ja. Da, da, da. Ich kann nicht abschätzen, weil der ungefähr weg ist. Warte mal. Ja, denkst du, ich? Aber ohne Wurst. Aber was sollen wir jetzt machen? Ich chill's dir einfach runter. Warte, ich baue noch ein bisschen. Ah! Der baut! Wo? Junge. Ach nee, das bist du. Ja, ja. Also hoch und runter bauen geht's eigentlich. Ja. Aber alles andere, das ist halt komplett Spiegelverkehr. Ja, das ist das Problem. Ey, der kommt, ne? Okay, ich hau ab, Junge. Tschüss. Nein, Alter. Ach, der kommt. Der kommt, echt? Ey, wir müssen uns hier irgendwie eincampen. Warte. Nein, Alter. Warte. Ey, warte. Moment. Ich bin schon irgendwie voll schlecht hier, ey. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ah, der kommt. Warte, ich geh drauf, lang, Alter. Ach nö, der baut sich hoch. Was für ein Luscher, Alter. Komm mal her. Ich baue mal den Baum hier ab, weil irgendwie... Boah, ey, es ist so richtig Anspannung gerade. Ja, der hat keine Ahnung. Guck mal, wir facken eben. Oh, der kommt. Ja, ja. Hey, warte, wo bin ich? Wo bin ich? Da. Er kommt. Ja. Komm doch her, du Luscher. Was frisst der da? Oh nö, nö, nö. Nein, nein, da war. Okay, wohin jetzt? Ab im Haus, komm. Ja, ja. Fuck. Ich komm direkt gar nicht klar, Mann. Doch, Alter. Hey, ohne Witz. Ich komm jetzt grad voll gut klar. Ich nicht. Hey, ich komm voll gut klar. Also im Haus geht's eigentlich, da komm ich auch ganz so klar, aber irgendwie alles andere draußen nicht so. Hey, im Haus komm ich doch besser klar. Ich auch. Also nach Haus geht's eigentlich. Ja. Dann vertauscht das in oben und unten, ja, nicht. Kann man hier raus? Nee, das ist ein Fenster. Ich kann aber nicht rausgucken. Auch nö. Hey, lol, warum? Komm, komm, lass hier rein. Ah! Leute, ich hab Black Screen. Durch die Lava. Was? Als ob? Geh mal Lava, Alter. Ne, 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 lass mal. Guck doch. Ne, hör mal auf, lass mal wieder reingehen, ey. Ich hab Feuerresistenz. Wo ist denn der Lackaffe, Mann? Weiß ich nicht. Ich versteh grad generell nicht, wie ich jetzt hier wohl springen muss. Ja, jetzt muss ich warten, bis das abgebrannt ist. Warte kurz. Das Problem ist, da sind noch mehr Leute. Moment. Was ist das für ne Scheiße? Hallo. Ey, lauf mal den Leiter hoch. Guck mal, wie das aussieht. Der ist da. Loll. Nein. Alter, wir ziehen den. Oh, wir haben den. Was? Pass auf, Lava, Lava, Lava. Ja, juckt nicht. Wir haben den. Mein Equipment. Ey, ich hab keine Ahnung, wie ich jetzt hier bauen muss. Alter. Ja, easy genommen. Also wirklich. Der wär mal ja easy. Boah. Geh mal den Leiter hoch. Das sind immer komisch. Ah, da oben ist es. Da oben ist es. Team. Runter. Runter. Wie komm ich runter? Ihr könnt einfach dagegen laufen. Keine Ahnung. Alter, geht ne. Ah, doch jetzt. Kommt her. Ey, ich komm gerade gar nicht darauf klar, ne? Überhaupt nicht. Ey, ich glaub wir haben jetzt schon mal mehr oder weniger gewonnen, ey. Äh. Ey. Loll. Wir können tatsächlich gewinnen. Das ist nur noch ein Team und einer. Ja. Ja. Ein Team ist das noch. Wir haben verkackt. Ja. Junge, das Team ist gerade über uns. Das Team ist über uns. Ah, unter uns meine ich. Ey. Über uns. Unter uns? Ja, unter uns, wenn wir es jetzt gucken. Aber normalerweise sind die eigentlich über uns. Und die kommen. Die kommen. Die kommen. Die kommen. Die kommen. Die ist direkt über uns. Oh. Warte, ich komm jetzt grad voll nicht klar. Moment. Ich auch nicht. Ja. Moment. Junge. Nein. Ich bin im F5 Modus. Scheiße. Ich muss jetzt wieder. Nein, ey. Warte, ich muss. Scheiße. Hilf mir kurz. Moment. Mal gleich. Ah. Ne. Falsch. Ups. Kommen wir sofort. Moment. Ah. Jetzt hab ich's wieder. Ist da, ist da, ist da. Lava, lava, lava. Feuer resistent. Ah, da sind sie. Ich backe, ich backe. Oh, oh. Ich backe. Ich backe. Ich backe. Was hab ich? Ich backe immer noch. Ah. Nicht, ich hab einen. Oh, shit. Ich glaub, ich muss mal fressen. Ich hab nur drei Herzen. Der baut sich zu. Du musst den holen. Ey, wir zerstören die gerade, ne? Ja, Alter. Ich weiß, dass wir gerade zerstören, Mann. Ey, ich bin, ich komm echt zu viel, Mann. Ich hab eine Enderperle, aber ich werd die sowieso verkacken, wenn ich damit, äh... Nein, werf den am besten nicht. Ja, das meinte ich, ja. Der ist hier oben, aber, ne, ich geh da nicht hin. Aber über Haus geht's eigentlich. Ja, Gott sei Dank geht's im Haus, mal ohne Witz. Aber draußen geht gar nicht klar, Mann. Äh, ja gut, äh... Wir haben noch zwei Leute, ne? Noch zwei Leute. Ja. Warte mal. Ist wirklich voll geil, dass der Mediator runtergeht. Noch hoch geht, besser gesagt. Guck mal. Das sieht doch aus wie so'n Mondmensch, ey. Warte mal. Haben wir gleich. Uwe ist easy genommen. Was denn da? Neu. Weiße, falsch. Scheiße. Ich komm gar nicht klar. Warte, hier hoch. Oh. Ich glaub das ist hier oben, ne? Also, wo ich das... Ich glaub immer... Doch, das ist oben. Oh ne, ich... Jetzt komm ich gar nicht mehr klar. Ich kann nicht wieder runter. Ich kann nicht wieder runter. Ne, Mann, ohne Witz. Oh ne. Ey, wo sind die denn? Ich weiß es nicht. Da hinten. Ich glaub ich lauf mal kurz raus. Moment. Ey, ich... Ich hab keine Ahnung, wo man hier runter kommt, ne? Da. HAH! Bist du tot? Ey, da... Ich hab verkackt. Ich auch. Wir beide haben... Egal, Alter. Wir sind so weit gekommen. Das ist unglaublich. Wir sind so weit gekommen. Wir haben zwei Teams zerstört, Mann. Ist echt so mal ohne Witz. Zwei Teams. Falls ihr vielleicht Bock habt, das Ganze von einer anderen Sicht zu sehen, schaut bei Ada vorbei, beziehungsweise schaut bei mir vorbei, wenn ihr grad bei Ada schaut. Ist grad ein bisschen komisch, die Satzformulierung. Aber wir laden beide dasselbe Video hoch. Das heißt, ihr könnt wirklich von uns beiden die Sicht sehen. Schaut euch beide Sichten an und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Oh! Oh! Bis zum nächsten Mal.